Heirul Tagebuch öffnen Nach dem Abstieg von dem Turm hat der alte Mann dir erzählt, dass das Königreich Heirul Danke für die Korrektur aus dem Chat das einst das ganze Land einnahm, vor 100 Jahren durch die Verheerung Ganon zerstört wurde. Um das Plateau zu verlassen und zu Schloss Heirul zu gelangen, brauchst du das Parasegel des Altmannes. Er will irgendeinen Schatz. Oh Oh, jetzt gibt's sogar ne Uhrzeit unten Heirul Jetzt schreibt's jemand anders wieder Und jetzt? Soll ich mit dir einfach hier runter gucken? Du meinst den in Lava umhüllten Schrein da hinten Zur gleichen Zeit als der Turm sich aus dem Boden erhob, begann dieser Schrein zu leuchten Dungeon Eingang An solchen Orten findet man gewöhnlich kostbare Schätze Du willst mein Parasegel haben? Oder nicht? Dann bin ich mal gespannt, was für einen Schatz du mir bringst Ich bring dir den größten Schatz, den ich finde Und sag dann Da war nur diese kleine Nuss drin Oh, der Wind Sound Also bei mir auf dem Kopfhör heute ist das echt so an Als wenn der Wind wirklich um mein Gesicht weht, ey Okay Okay Wenn ich denn mit dem Kopfhör jetzt Mal Na Mal 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 Mahuno-Schrein. Okay, das Ding kann ich nicht schieben. Schlagen sollte ich vielleicht auch nicht gegen das Teil, oder? Na gut. Ich hab's einmal gemacht. Dieser Ort wird als Teleport-Ziel auf der Karte eingezeichnet. Der Eingang wird nun geöffnet. Danke, Konsole. Jetzt geht's bestimmt bergab. An dieser Stelle werden Hinweise eingeblendet. Nächster Tipp. Du kannst auch ziehen, indem du den Controller neigst. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Mah-Uno. Wie auch immer das ausgesprochen wird. Im Namen der Göttin XY heiße ich dich willkommen. Magnetismus. Gib mir dein Samenstein. Heiß. Lässt dich mit teilen Objekte bewegen. Erfasst der Magnetstein ein Objekt aus Metall, kannst du es hochheben und frei umher bewegen. Okay. Macht Sinn zum Tempel des Magnetismus. Verwende die Module des Schika-Steins. Ach, krass. Kann ich aber auch steuern mit dem, also indem ich den Controller bewege. Leider ist die Kamera geradeaus, dann seht ihr das nicht. Ohne Witz aus so ner Kacke machen manche Leute ein ganzes Spiel. Wo du einfach nur mit dem Magnet, äh, Sachen bewegen kannst und Rätsel löst. Wo ist das? Oh, der erste Feind. Es sieht aus, wenn er schießen kann. Aber warum habe ich denn hier den zweiten Stein noch stehen? Der steht ja bestimmt nicht aus Spaß hier. Boah, ich bin noch mit der Steuerung ein bisschen. Weil ich immer A drücke anstatt B. Ich denke immer, die rechte Taste ist die Raus-G-Taste und B ist die Angriffstaste. Äh, ne, B ist auch eine Angriffstaste. Okay, ich habe gesehen, es kann feuern. Diese Art Schrauben wurden offenbar in antiken Maschinen verwendet. Sie sind aus einem unbekannten Material und scheinen nahezu unverwüstlich zu sein. Anmarit. Logan treffen wir nachher auch noch. Können wir den erfassen? Oh ja. Komm her, meine Kiste. Offenbare mir deine Geheimnisse. Ein Reisebogen. Ein kleiner Bogen wie ein Reisen verwenden. So. Der Bogen ist direkt angelehnt. Kann ich den bestimmen mit Y? Ne, Y, was ist das normale Waffe ziehen? Achso, einfach mit R, B und dann kann ich wieder Controller bewegen und kann dementsprechend zielen. Oder ich kann es auch mit dem rechten Analogstick machen. Aber muss ich den Controller echt ruhig halten? So, wie breche ich ab? Wahrscheinlich mit A. Ne. Mit B. Sesam, öffne dich! Okay. Das ist schon der Schatz? Ich habe die Herausforderung gemeistert. Wenn der jetzt die Augen aufmacht, ist das sehr scary. Das ist schon der Schatz. Oh, Gott sei Dank, er bleibt tot. Beziehungsweise in seinem Meditationszustand. Jetzt werde ich auch noch besamt. Zeichen der Bewährung. Ein Zeichen, dass einem Helden für das Bestehen eine Herausforderung verliehen wird. Und jetzt? Ja, ich habe die Tasche geöffnet. Was willst du mir jetzt in der Tasche sagen? Ah, Schnellesser. Weil auswählen ist hier nicht. System speichern. Tagebuch. Chat meint, Link hört sich an, als wenn er auf Stöckelschuhen geht. Dabei finde ich ja auch, Link trägt ja auch bauchfrei. Warum sollte er da nicht auf Stöckelschuhen laufen? Nachts sind besonders viele Monster aktiv. Wenn du wenig Herzen hast, solltest du an einem Lagerfeuer bis zum nächsten Morgen warten. Kommt der Typ schon angeflogen? Ja. Vor allem, von wo springt der runter, damit der anfliegen kann? Das bedeutet, der war vorhin da hinten auf dem Hügel, ist irgendwo zu einem noch höheren Ort gegangen, um dann mit seinem dämlichen Paraglider genau vor uns wieder zu landen. Du scheinst ein Zeichen der Bewährung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Anfang. Woher weißt du das? Ganz einfach, ich kann hell sehen. Hm, da kannst du mir schon sagen, was das Ende des Spiels ist. Ah, und jetzt sagt er mir, er kann nur verschwommen sehen, nachdem der alles beobachtet hat, was oben auf dem Turm passiert ist. Obwohl das sicher nicht bei jedem dahergelaufenen Kreis der Fall ist. Hoho. Es sieht schwer danach aus, als seien die Türme und dieser Schrein deinetwegen aufgetaucht. Genau gesagt wegen diesen, äh, Chica-Steins, den du dort am Gürtel trägst. Äh, ja, bitte, aber was mit dem Parasegler? Sei doch mal still und hör zu. Vor langer, langer Zeit lebte an diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Chica. Durch ihr Wissen konnte dieses Land ein ums andere Mal vor dem Untergang bewahrt werden. Diese Kultur verschwand schon vor Jahrtausenden von der Bildfläche. Doch Überreste ihrer Zivilisation wie dieser Schrein scheinen bis heute überdauert zu haben. Vor allem, man beachte mal, in was von der Pose Link einfach vorm Tempel steht. So richtig? Ach komm, erzähl mir irgendwas, Alter, ich will eh nur deinen Paraglider-Pose. Hör mir gut zu, von diesen Schreien gibt es noch weitere. Allein auf diesem Plateau habe ich noch mindestens drei weitere gesehen. Wenn du in jedem davon ein Zeichen der Bewährung errungen hast, werde ich dir das Parasägel überlassen. Aha, jetzt willst du mehr, du Alter. Sack. Ich habe es mir anders überlegt, aber für dich sollte es doch ein leichtes sein. Als Ausgleich gebe ich dir auch einen Hinweis, wie du die Schreine leichter finden kannst. Und das gilt nicht nur für Schreine, also merke es dir gut. Der Trick ist, dich von einem hohen Punkt aus umzusehen. Ja, okay. Apropos. Wie wäre es, wenn du noch einmal auf diesen Turm steigen würdest? Na gut. Nicht so hastig, du sollst noch etwas wissen. Sieh dir mal auf deinem Schika-Stein die Karte an. Ja, ich sehe jetzt die Teleportationspunkte. Du kannst dich zu diesen Orten teleportieren, zumindest habe ich davon gehört. Ich weiß nicht, das ist alles auch nur Ammen-Märchen, aber ich verkaufe dir das als Realität. Man muss aber sagen, dass die ganzen Effekte einfach sehr, also unglaublich stimmig sind. Das sieht echt super aus. Ja. So, und das ist jetzt der... Moment. Habe ich mich nicht zum Schrein teleportiert? Ne, habe ich eben nicht. Ich habe mich nämlich zu dem Startgebiet teleportiert. Ich wollte hier, zum Turm des Plateaus. Den man ja schön hätte in die Mitte machen können, anstatt so weit am... Egal. Ob ich irgendwann... Ich kriege doch irgendwann ein Pferd, ne? Oder irgendwas kann ich bestimmt irgendwann reiten. Ja. Oh, jetzt ist der Alte schon hier oben. Du lässt dich von einem Alterchen wie mir abhängen? Bist du nicht der Schnellste? Bist nicht der Schnellste, was? Äh... Teleportieren? Teleportieren, sowas brauche ich nicht. Jungspunde wie dich hänge ich allemal ab. Nun denn. Ich habe dich hierher... äh... hirn gerufen, weil das hier der ideale Ausguck ist, um die übrigen Schreine zu finden. Hast du schon gemerkt, dass dein Chica-Stein über eine Fernglasfunktion verfügt? Suche mithilfe des Fernglases die Steine und markiere sie. Ja, rechte Maul... äh... Ne, nicht rechte... Rechte Analog-Stick drücken. Markierungen kannst du auch direkt auf der Karte hinzufügen oder entfernen. Wenn du bestimmte Orte im Auge behalten willst, ist das sehr praktisch. Alles klar. Na los, seh dich da mal um. Ja. Oh mein Gott, man kann nebenbei noch sich bewegen. Ist also, ähm... Sehr praktisch dafür. Übrigens, da vorne scheint einer zu sein. Boah, und das... Es wackelt übrigens immer so ein bisschen, weil der Controller... Ich könnte halt auch darüber mich umschauen. Ich glaube, das ist dann einer der Schreine. Äh! Da hinten leuchtet aber auch was ganz leicht. Oh, ist das schön! Und da ist der, wo wir schon drin waren. Und deshalb ist er wahrscheinlich blau. Hilfst du mir? Ich kann dir einen Tipp geben. Neugelernte Aktionen kannst du jetzt halt auf dem Pausebildschirm nachsehen. Habe ich nicht die Schreine jetzt gefunden? Habe ich bestimmt einen übersehen. Und wie entferne ich die wieder? Bei dem Blödsinn hat er mir nicht erklärt. äh, äh. Achso, ich glaub, ich müsste jetzt gar nicht nochmal mit ihm reden. Ich kann einfach loslegen, oder? Ah, da, Markierung löschen. Ich gehe mal zum Krötenteich. Weil im Notfall kann ich ja immer noch zurückgehen zum Turm und nochmal runterschauen. Aber ich glaube, das ist schon jetzt der richtige Weg. Er klettert wie ein junger Gott. Und gleich ist Nacht und dann werde ich bestimmt getötet. Verdammt! Der Weg ist gar nicht unbedingt besser. Und langsam wird es Nacht. Upsala! Und gleich sollten sehr viele Monster aktiv werden. Da vorne ist schon ein Wildschwein. Und da kommen Monster! Wo ist meine Hauptwaffe hin? Hilfe! Die können sich gegenseitig... Was? Die können sich gegenseitig schmeißen? Ich muss den Kopf vernichten. Wenn ich das nicht mache, können sie sich immer wieder zusammensetzen. Oder? Ja. Oder? Geh doch nicht weg, Schwein! Ich will dich nur aufschlitzen. Hoho! Endlich auch eicheln. Geh weg, Schwein! Geh weg! Ey, es hat echt geile kleine Sachen. Also wie jetzt zum Beispiel der kleine Gekko, der hier runtergeklettert ist. Oh, ich sehe gerade, wir haben leider den Stream verpasst. Moment! Moment! Moment!